Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerker Helden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch. Ja, und mit einem neuen Thema aus unserer Fachwerker-Werkzeugwoche, übrigens Tag 5. Ihr habt es überstanden, Freunde, nur noch dieses Video und dann geht es wieder weiter. Und ja, worum geht es heute? Und zwar geht es um den Parkside-Entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmesser. Das ist allerdings wirklich ein gar nicht so schlechtes Teil und ja, den möchte ich euch jetzt mal einmal so im Grunde mal vorstellen, wa? Ja, dieser Parkside-Laser-Entfernungsmesser muss ich ja ganz ehrlich zugeben, das war eigentlich mehr oder weniger der Hauptgrund, warum ich überhaupt bei Lidl was bestellt habe. Weil so einen habe ich hier schon und zwar in einer ziemlich rudimentären Form. Der funktionierte jetzt schon seit über zwei Jahren auf der Baustelle ohne Probleme. Der hat natürlich wirklich nur Taste, Knipp, Knapp, also messen oder nicht messen und das war es. Allerdings muss ich ehrlich sagen, den habe ich jetzt schon so lange im Betrieb, funktioniert wunderbar. Da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Also, Genauigkeit ist immer noch besser als ein Zollstock, das ist ja auch klar. Auch wenn die vielleicht gegenüber 200 Euro Profi-Geräten schlechter sind. Aber ich sage mal, ich glaube, der hat nicht mal 10 Euro gekostet oder so. Da gibt es jedenfalls eine neue Version jetzt mittlerweile von. Bisschen geiler, also ein bisschen mehr Möglichkeiten. Kann man auch ein bisschen mehr mit rechnen, wenn man damit umgehen kann. Und ja, der kostet, ich glaube, das war auch einer der teureren Geschichten. Der kostet, glaube ich, auch 19 Euro oder so. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Profi-Laser-Entfernungsmessern ist das also immer noch ein Zehntel oder so, was solche Geräte kosten. Und der kann das schon vergleichsweise viel. Ich zeige euch das gleich mal. Also logisch, Entfernungsmessung, was ist auf dem Datenblatt angegeben? Ich sage mal, jetzt bei der Entfernung muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Das ist ganz klar. Da steht im Datenblatt oder was bis zu 50 Meter. Hm, das habe ich natürlich als erstes ausprobiert. Nein, keine Chance, Leute. 50 Meter misst ihr da nicht mit. Also das Höchste, was ich gemessen habe, waren 34 Meter. Aber das auch nur mit Glück. Also so ab 25 Meter wird es schon echt schwierig. Ab 30 Meter ist es eine Glückssache, dass du da wirklich sozusagen keinen Error kriegst. Der zeigt uns an, halt Error, klar, wenn er den Laser nicht zurückkriegt und so weiter. So, also da sind wir uns einig. Das ist durchaus auch wieder nur was für ein Innenraum. Aber ich sage mal, so bis 20 Meter funktioniert das eigentlich wunderbar. Der macht ja auch so einen kleinen Laserpunkt und auch der ist ab 10 Metern oder halt, wenn du draußen bist, kannst du den sowieso nicht mehr erkennen. Also dann ist auch das Zielen damit extrem schwierig. Und damit dann eben genau zu die Oberfläche oder die Länge, das Längenmaß zu treffen, was du eigentlich treffen willst. Ah, ne, wie gesagt, dafür ist so ein Ding nicht da. Das ist wirklich nur für den Innenraum. Aber dafür ist er wirklich gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil er eben auch extrem viele Einstellmöglichkeiten und Messmöglichkeiten hat. So, dann gucken wir uns das Ganze im Detail mal an. Ich hoffe, heute klappt das mit dem Autofokus ein bisschen besser. Das hat ja leider bei den letzten Videos nicht ganz zu hingehauen. Aber jetzt hier, letzter Tag, da klappt das nochmal. So, was kann man damit machen? Auf jeden Fall ein bisschen mehr als bei dem anderen. Das heißt, wir können einmal kurz auf die Abenteuer der Rückseite gehen. Einmal kurz Batterie. Auch hier wieder hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Ganz normal Standard, zwei AAA-Batterien da drinne. Alles gut. Finde ich immer toll, wenn das nichts Besonderes ist. So, jetzt aber hier vorne. So, logisch. Wir messen natürlich. Wichtig bei so einem Gerät, wenn ihr damit misst, ist natürlich auch immer der Referenzpunkt. Von wo misst du eigentlich? Und das kann man hier einstellen. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, man kann einmal von der Oberseite messen. Also sprich, wenn du jetzt hier beispielsweise, man würde jetzt dieses Maß hier messen wollen, dann würdest du auf die Oberseite einstellen. Dann würdest du das Gerät so dran halten. Und wenn du jetzt dann dieses Maß, du könntest von der Unterseite des Gerätes messen. Das heißt, du würdest das so hier dran halten und so messen. Das heißt, zu der Länge, die er per Laser misst, misst er praktisch die Länge des Gerätes noch hinzu. Dann hast du also die gesamte. Das ist eigentlich das Standard, weil du in der Regel, wenn du in Räumen misst, misst du ja, dann stellst du es ja auf den Boden oder du hältst es an die Wand. Also das ist meistens der Standardwert. Was noch ziemlich cool ist, dadurch, dass das Gerät ja ein bisschen größer ist und man da manchmal Probleme hat, mit in die Ecken zu kommen, kann man hier hinten so einen kleinen Nupsi ausklappen und dann kann man das auch einstellen und kann sagen, bitte von dem Nupsi aus messen. Das ist, glaube ich, ziemlich praktisch, wenn du irgendwo in so eine Ecke friemeln musst, wo du vielleicht planst, dann die Regepsplatte reinschieben zu können nachher, dass du dann eben von da messen kannst. Das heißt, dann rechnet er das komplette Länge von da noch mit dazu. Das ist also wirklich, finde ich, witzig. Das sind so Kleinigkeiten, die dann durchdacht sind tatsächlich, wo man sagen kann, ja, das ist cool. So kann man eben auch, trotz des Gerät, das ein bisschen größer ist, kommt man auch in kleine Ecken da mit rein zum Messen dann an der Stelle. Dann sieht man hier noch so kleine Wasserwagen dran. Das ist auch gar nicht schlecht, weil gerade bei Längen und nur auch dann später bei den Volumen oder Flächenberechnungen ist es natürlich wichtig, dass man möglichst auch im rechten Winkel immer arbeitet. Weil sonst, wenn du jetzt, wenn du sagst, ja, okay, so, mal, mal so, dann misst du alles Mögliche, aber eben nicht unbedingt so die Quadratmeterfläche. Und deswegen ist ganz praktisch so eine kleine Mini-Wasserwaage da dran. Auch wenn man den jetzt irgendwie so einfach nur in der Hand hält und so aus der Hüfte schießt, ist das immer ganz praktisch, wenn man so ein bisschen dann da das Ding über die kleinen integrierten Wasserwagen denn begradigen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht. Ja, dann kann man Halter einstellen. Also das ist dann praktisch der Referenzpunkt. Ich zeige das gleich nochmal im Display, auch nochmal, aber nur, um das hier kurz durchzugehen. Na, dann kannst du natürlich, klar, Einheiten kannst du einstellen. Wunderbar. Das heißt, du kannst von der normalen, ich sage mal, ich nenne es mal normalen, also Meter, Quadratmeter und so weiter, kannst du eben noch einstellen auf Inches, auf Fuß, auf, keine Ahnung, Teespoons pro Inch oder so, wie auch immer. Kannst du da alles einstellen. So, und dann eben auch hier dann eben Volumen oder Flächenberechnungen einstellen oder eben auch Pythagoras, also Dreiecke ausrechnen. Da, sage ich mal, man muss, sollte natürlich dann schon so ein bisschen mathematisch wissen, was man da gerade eigentlich misst. Ähm, aber, äh, der zeigt dir das im Display sehr schön an, das heißt, das ist fast schon idiotensicher. Und dann plus minus, das heißt, man kann auch dann, wenn ihr jetzt beispielsweise durch euer Haus geht oder durch eure Wohnung und misst halt die Räume ab, Quadratmeter für Quadratmeter, dann könnt ihr die immer miteinander addieren und hättet am Ende sogar sowas ähnliches wie ein Aufmaß. Das ist also schon mal gar nicht schlecht, alles eben in dem Gerät. Und durch das große Display kann man das auch tatsächlich relativ gut bedienen, ohne eben jetzt da irgendwie, äh, ja, immer im Hinterkopf zu haben, wie das jetzt funktionieren soll. So, wir schmeißen das Ding mal an. Jetzt muss ich hier so ein bisschen näher rangehen, damit die Kamera das hier besser erfasst. So, jetzt kann man das, glaube ich, erkennen. Und, ähm, ja, hier oben sieht man jetzt auch den, den Referenzwert, wie der eingestellt ist, jetzt aktuell halt auf die Unterkante. So ist jetzt inklusive Ausklapp, Nupsi. Und so ist eben von der Oberkante aus. Das muss man immer bedenken, dass das richtig eingestellt ist, weil sonst ist klar, sonst fehlt euch hier die, die Länge vom Gerät, ne. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise eine Quadratmeter-Funktion haben möchtest, dann hast du das hier. Und das finde ich jetzt zum Beispiel ziemlich gut. Ihr seht jetzt hier, da ist jetzt eingeblendet, was ihr gerade messt. Ihr messt jetzt also den, den Referenzwert A da oder halt hier die 1 an der Stelle. Wir können ja mal einfach mal jetzt so einen Punkt setzen. Wir machen mal hier so einen, so einen wilden Schuss in den Raum hier. So, 4 Meter. Habt ihr jetzt den einen, dann seht ihr, jetzt blinkt die nächste Seite. Jetzt, äh, messe ich also mal wild in die andere Richtung. Na, da hin, so. Zack. So, jetzt hab ich also gemessen. 4 Meter für die eine Richtung, 1,20 Meter für die andere Richtung. Dann, äh, das nächste, was kommt, ist dann praktisch das Umlaufmaß. Das zeigt er dir automatisch mit an, also sprich den Umfang von dem Raum. Ähm, das ist dann zum Beispiel, dann wüsstest du, okay, du bräuchtest jetzt hier für diesen Raum 10 Meter Fußleiste als Beispiel. Ne, nur so als, äh, Beispiel. Das ist also ziemlich cool, das zeigt er dir direkt mit an. Und eben dann am Schluss die Quadratmeter, die ich da gerade ausgerechnet habe. Ne, so, jetzt, also in diesem Fall, jetzt ist das Licht ausgegangen, äh, 5 Quadratmeter oder 5,3 Quadratmeter. So, ähm, das alles dann eben mit einer, mit einer Messung oder innerhalb von Sekunden praktisch errechnet. Das gleiche funktioniert auch fürs Volumen. Man kann das jetzt hier einstellen für Volumen. Dann sieht das eben das Ganze dann so aus. Dann logisch, dann hast du jetzt dein Volumen, besteht natürlich aus drei Messpunkten. Ich kann jetzt mal wieder hier so wild in die Gegend schießen. So, 3,80 Meter mal 1,20 Meter und dann nochmal irgendwie was anderes. Ah, 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 ne, doch, passt. So, dann hast du deine drei Messwerte und dann zeigt er dir eben das Volumen an. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn du irgendwie so Heizlasten oder generell irgendwas berechnen willst, da brauchst du häufig dann das Volumen des Raumes. Und, ähm, das kannst du da eben dann so mit durchgehen. Ja, das ist, ähm, im Prinzip auch schon die Hauptfunktion. Das Ganze funktioniert dann noch als diese Pythagoras-Funktion. Da ist dann der Vorteil über den, also, äh, ja, ja, wir können natürlich jetzt hier irgendwie neunte Klasse oder wann hat man, äh, Geometrie oder was? Achte Klasse, äh, Satze Pythagoras, also im rechtwinkligen Dreieck entsprechen ja schließlich die Quadrate der beiden Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Das heißt, man kann jetzt hier die Hypotenuse messen. Jetzt nehmen wir mal an, wir wären irgendwie im Dachstuhl und bräuchten das. Jetzt messen wir einfach mal die Hypotenuse. Die ist also, wie lang? Die ist jetzt vier Meter. Und dann sagt er dir so, jetzt bitte eine der beiden Katheten messen. Na, so, jetzt, äh, weil die andere weiße gerade nicht. So, dann misst du jetzt eine der beiden. Oh, piep. Äh, hab ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel gewackelt. Ja, das passiert dann. Ich hab ja jetzt hier echt übelst aus der Hüfte geschossen. So, also nochmal. So, jetzt hat er da, ach, da oben hab ich ihn. Na ja, gut. So, ein Meter, das heißt, er rechnet die aus. Die andere Kathete sollte 3,90 Meter lang sein. So, ähm, ist dann ganz praktisch in manchen Sachen, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Dreieck hat. Man weiß, das ist ein rechtwinkliges Dreieck und man kommt aber nicht an die eine Länge dran, ähm, weil man da eben irgendwie das Teil nicht dran halten kann oder was auch immer. Dann kann man das eben über diese Dreiecksfunktion machen. Ähm, das ist also ziemlich cool und ich würde mal sagen, ich mach das Licht aus, dann haben wir das hier wieder ein bisschen... Ist das nicht mehr ganz so dunkel? So, haha. Und, äh, ja, das ist im Prinzip so die Hauptfunktion. Das ist eigentlich, ähm, alles, was man so braucht, muss man ganz klar sagen. Das ist eben bei so einem ganz einfachen Gerät ist das natürlich nicht integriert. Das heißt, da musst du dir das schon selber ausrechnen, auch mit den Wasserwagen und so. Da musst du schon selber sehen, dass du gerade, äh, dran lang schießt. Und das hast du eben hier nicht. Das kann man alles einstellen. Ich find's mit dem Display auch sehr schön ablesbar. Vor allen Dingen auch, dass dir dann gezeigt wird, was du messen musst. Ähm, ähm, dann kann das praktisch, äh, mehr oder weniger jeder, ne? So. Und, ähm, auch dann die Werte werden dann gespeichert. Das hab ich jetzt gerade gar nicht gezeigt, aber das, wir wollen ja auch nicht hier zwei Stunden das jetzt hier demonstrieren. Äh, du könntest jetzt also, die Quadratmeter hat der also jetzt im Speicher drin. Und dann kannst du sagen, plus, plus. Und dann könntest du jetzt Raum für Raum durchgehen, könntest das addieren. Und hättest dann nachher dann deine Quadratmeterzahl für die Hütte. Äh, ziemlich cool. Äh, das kannst du dir hier auch über das, äh, über diese Liste hier immer wieder anzeigen lassen, etc. Äh, also das ist schon, schon gar nicht schlecht. Ähm, das Einzige wäre jetzt hier, das Display ist relativ groß, logisch, ne? Und ich weiß jetzt nicht genau, ich kann jetzt nicht sagen, wie anfällig das ist. Wenn man da, wenn das jetzt mal runterfällt, von der Leiter runterfällt und so, ähm, wie gut das. Hier ist natürlich eine Schutz, eine Schutz, äh, Dings drauf. Ähm, aber an, an für sich macht der auch einen ganz guten Eindruck jetzt so vom, äh, vom Gefühl her und vom, äh, von der Robustheit her. Und ich sag ja, dass das alte Gerät, das war auch, das, also wie oft mir da schon runtergefallen ist. Ja, also das funktioniert wunderbar. So, von daher, äh, Funktionen her auf jeden Fall ziemlich gut. Man kann da eine Menge mit machen. Und das ist definitiv auch ein Kauftipp in meinen Augen, äh, weil man den wirklich immer gebrauchen kann auf einer Baustelle. Ja, dann kommt unser Parkside Laserentfernungsmesser noch in so einer kleinen Tasche daher. Naja, das ist auch ganz nett. Kannst du dir sogar hier so an, an Gürtel klipsen und so, ne? Hm, ganz witzig. Ich finde es immer ganz cool, wenn man es halt weglegt, dass man eine Tasche hat, dann staubt das Gerät nicht so zu. Oder geht kaputt, wenn mal was drauffällt oder was, ne? Immer ganz nett, äh, dabei zu haben. Finde ich immer cool. Naja, und grundsätzlich, was ich schon meinte, eigentlich letzten Endes ist das in meinen Augen ein Must-Have in jedem Haushalt, ne? Jetzt nicht unbedingt jetzt hier, das muss ich nicht, ein Must-Have von Parkside, aber grundsätzlich, äh, so einen kleinen Laserentfernungsmesser für eine schmale Mark, den sollte man ja nicht immer im Haus haben, weil, äh, mit Zollstock messen war im Prinzip gestern, Freunde. Ja, heutzutage macht man es mit Laser. Und, ähm, ja, gerade wenn es eben über eine Zollstocklänge hinausgeht, dann ist so ein Ding schon enorm praktisch. Das muss man ganz klar sagen, ja. Äh, was, was, was ich hier an dem, an dem Teil hier recht cool finde, ist eben, dass das Display, dass das alles vernünftig dargestellt wird, dass man auch als Anfänger damit messen kann, wenn man jetzt Quadratmeter misst oder Volumen misst, dass man immer genau sieht, okay, welches Maß messe ich jetzt gerade und dann zeig ich dir das auch ganz klar an und so. Ähm, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Das macht er schon ganz ordentlich. Klar, wahrscheinlich auch andere in der Preisklasse. Ich werde es auch hier wieder unter das Video drunter noch so ein paar andere Alternativlösungen verlinken. Ähm, natürlich gibt es auch bessere Geräte, ne, die dann vor allen Dingen wahrscheinlich im Außenbereich dann ihre Vorteile haben, weil da ist der zugegeben natürlich relativ schlecht. Das sollte man wissen, aber das sollte einem auch mehr oder weniger klar sein, dass da zwar 50 Meter draufsteht, aber das haben die wahrscheinlich auch nur einmal irgendwo in irgendeinem Labor unter perfekten Bedingungen hingekriegt, damit zu messen. Ja, das schaffst du halt nicht. Was ich eingangs schon meinte, ab 20 Meter wird es dann schon krampfhaft. Vor allen Dingen, weil man mit so einem Laserding natürlich auch das Problem hat, wenn ich den so ein ganz kleines bisschen variiere, dann habe ich ja ab 20 Meter macht der dann schon so, ne, so. Und diesen kleinen Laserpunkt siehst du dann auch nicht mehr. Also selbst wenn du es mit zwei Personen machst, dann kriegst du das kaum hin. Also da wird es auch von der praktischen Seite her dann schon echt schwierig, das reell wirklich dann hinzukriegen, ja. Man kriegt es hin mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Übung und so weiter, kriegt man es hin, aber das muss einem klar sein, dann ist es eben schwieriger, solche Entfernungen. Entweder muss man die in kleineren Intervallen dann messen oder mit einem längeren Maßband oder sonst irgendwas. Da wird es dann eben einfach mit so einem Ding auch schwierig, ne, so. Aber für alles, was man im Haus machen muss, Räume messen, Quadratmetervolumen und so weiter, auch diese Pythagoras-Geschichte, es kommt immer der Tag, wo man es dann mal braucht, ne, wo man dann unter dem Dach steht und denkt, so, ja, scheiße, jetzt müsste ich eigentlich diese Sache da messen, aber da komme ich jetzt nicht dran. Ja, und dann kann man es eben über so einen Pythagoras-Kram machen. Das funktioniert auch ganz cool oder beziehungsweise ist eine nette Option, ne. Auch hier diesen kleinen Nupsi, diesen ausklappbaren, was ich schon sagte, das ist eine sehr coole Idee, um eben auch in kleinen Ecken reinkommen zu können, wenn man eben da irgendwas messen muss, wo man mit so einem größeren Gerät nicht so gut hinkommt. Alles gut soweit. Also von meiner Seite klare Kaufempfehlung, braucht man einfach in jedem Haus mehr oder weniger so einen kleinen Entfernungsmesser, ich sage ja, muss jetzt nicht so ein Parkside sein, aber so ein kleines Ding für 10 bis 20 Euro kann man sich immer hinlegen. Da machst du nichts mit verkehrt, der ist genau genug für alles, was man im Haus so messen muss und wo es eben drauf ankommt, dafür reicht das immer aus. So, ja, das war es dann von mir, hier von dem Gerät und auch mit der Werkzeugwoche. Ja, ich habe ja diese Woche so, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr strapaziert. Es war für den einen oder anderen wahrscheinlich viel zu langweilig, was ich hier für Dönekens hier vorgestellt habe mit so Zeug. Aber Leute, so ist das halt. Ab und zu braucht man einfach auch so ein bisschen Abwechslung. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da weiterhin dran geblieben seid. Ab nächster Woche geht es natürlich wieder wie gewohnt weiter mit wieder richtigen Themen aus der Sanierung, wieder etwas schwierigere Themen, wo man eben auch entsprechend lange für recherchieren muss und so weiter. Deswegen habe ich diese Woche hier mal eingeschoben, weil hier konnte ich es mir jetzt ein bisschen einfach machen, so kleine Themen einfach mal so reinschieben. Ist ganz nett, so für mich, ne, so von der Arbeit her ist das nicht ganz so viel zu tun. Ich brauche nicht so viel recherchieren und so weiter und so fort. Das ist eben bei den anderen Themen immer sehr, sehr viel Aufwand und das konnte ich mir diese Woche mal sparen, hat mir ganz gut gepasst. Und naja, so. Ich würde sagen, ich labere auch nicht länger. Wenn noch was sein sollte, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr dann noch Fragen zu habt oder sonst irgendwas. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns dann zu gewohnter Zeit im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.